Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Race Driver Grid. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Ja, ist aber egal. Wir machen weiter, wie gesagt, wo wir aufgehört hatten. Wir müssen mittlerweile... Ja, danke, dass du fertig gesprochen hast. Uns einen neuen Wagen besorgen, damit wir hier weitermachen können. Wenn du am Rennen teilnehmen möchtest, brauchst du zuerst einmal einen... Hat dafür aber 19 Siege, von daher, wenn wir billiger kriegen, warum nicht? So, das lassen wir alles so. Und dann wollen wir mal loslegen. Ich hab keine Ahnung, ob... Wie heißt das? Ob da jetzt wirklich... Mir fehlen gerade die Worte. Ob die jetzt wirklich so stark sind? Ich hab keine Ahnung, ob der Controller jetzt gerade funktioniert. Jo, er funktioniert. So, unser Teamkollege ist hinter uns. Sehr schön überholt. Und? Und? Jo, ein paar leichte Kratzer, aber das war's auch eigentlich, ne? Also ich muss sagen... Sehr schön. Sehr schön. Wow, der war knapp. Wuhuuhu, der war super, Alter. Sehr schön. Oh, das ist die große Strecke. Medana wollten, wir haben alle... Der war klar. Okay, ich glaub, ich hab unten mein... Ja, mein Diffusor hab ich verloren. Macht aber nichts. Wow, FPS Einbrüche, FTW. Aber die Raven Wests sind gerade mal ziemlich stark da vorne. Ich hab keine Ahnung, wo mein Teamkollege gerade ist. Ich hab gerade FPS Einstürze, aber sowas von. Ich hab keine Ahnung, warum. Okay. Das ist gerade echt ein harter Kampf. Ich hab keine Ahnung, ob ich das schaffen werde. Wow, lass den Pagani erst mal fliegen, ey. Das ist richtig krass gerade mal. Ich hab gerade nicht so das Gefühl, dass ich wirklich... ...wirklich aufhole. Komm schon. Wow, der war jetzt arschknapp. Irgendwie hab ich... Lol. Der war jetzt arschknapp, Alter. Da liegt meine Stoßstange vorne. Oder zumindest ein Teil davon, sagen wir's mal so. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich mich hier gerade mal so har... Wow. Oh, wie war das? Da war das. So, mal gucken. Ja, wir haben nur den Diffusor zum Glück verloren. Oh, shit. Oh, shit. So, geht doch. Ja, macht aber nix. Komm schon. What? Das glaubst du wohl jetzt immer nicht? Ach, du Scheiße. Da das wahrscheinlich sowieso wieder ein Turnier sein wird... Sorry, wenn ich gerade die ganze Zeit so ruhig bin. Ich bin gerade am konzentrieren. Da das wahrscheinlich sowieso wieder ein Turnier sein wird... Ähm... Mach ich mir da, glaube ich, weniger Sorgen. Ob ich jetzt erster werde oder nicht. Von daher, ähm... Vor allem, das Lustige ist ja... Der Pagani... Na, der, ähm... Wie heißt das? Der, 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 ähm... Der Königshack, genau so rum war das. Ist ja wirklich eigentlich mehr nur gut auf den Geraden. Da zieht er mir weg. Aber ansonsten, so muss man sagen, ähm... Ist da Pagani eigentlich. Wirklich besser. Ich glaub, eine Runde mehr und ich hätte ihn wahrscheinlich gehabt. Also, eine Runde... Wirklich, eine Runde mehr und ich hätte es wahrscheinlich wirklich geschafft. Oh, der ist sogar... Wow, der ist sogar Achter gewesen. Finde ich gut. Aber da das ja, wie gesagt, ein Turnier ist, denke ich nicht, dass ich da irgendwie Probleme haben werde. Von daher, ähm... Ja, wie gesagt, ich hab jetzt den ersten Platz verpasst. Oh mein Gott. Dann ist das halt so. Hab ich keine Probleme mit. Äh... Mein Teamkollege hat da wohl eher mehr Probleme mit. Der hat mich gerade mal alles verpasst. Von daher... Naja, Long Beach. Dann wollen wir mal nach Long Beach ein bisschen aufräumen. Wo ist mein Teamkollege? Direkt hinter mir. Okay. Ja, das Schöne, was ich finde, ist nämlich, dass man hier, ähm... Oh, das sind die großen Strecken alles, ne? Sorry. Wow. Da hat sich gerade eine kleine Bildverschiebung. Wow. So, die Ravenwurst sind natürlich mal wieder vorne. Warte mal. Wow. Shit. Wow, das hat mich jetzt gerade fast komplett aus der Bahn rausgehauen. Wow, die Königsecken, die sind übel. Dein Wart wird etwas verboilt, ist aber noch ein zu schlimm. Oh, shit, Alter. Ich habe gerade irgend... Irgendwas versemmelt. Äh, ich habe zu viel... Naja, ich habe zu viel Scheiße eigentlich gebaut. Ne, vergiss es, die ziehen mir da... Nein, das will ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich eher das da. Weil die haben mir dann doch aus Versehen, äh, wie heißt das... Sind mir dann doch da vorne weggezogen. Von daher, das war dann doch schon ein bisschen mies. Naja. Wir wollen es mal auf dem zweiten Anlauf drauf ankommen lassen. Oh, nein. Okay, der war gerade komplette Scheiße. Da startet ich nochmal nach. Ich weiß, ich starte viel zu viel neu. Aber egal. Macht ja nichts. Jetzt aber. Jetzt haben wir es garantiert. Von daher. Oh, der war jetzt arschknapp. Und ich habe so gerade eben noch den Wunfall ausgewichen. Aber ne, vergiss es, den Pagani. Den Pagani kriege ich nicht. Äh, Quatsch, Pagani sage ich schon. Den Königse kriege ich nicht. Das Problem ist einfach, dass er viel zu schnell ist. Wow. Vergiss es. Das Problem ist, dass... ...Ravenwest einfach das Ganze anführt. Das Problem ist, Ravenwest selbst. Der Pagani ist wirklich nicht schlecht. Ja, der hat zwar eine höhere Endgeschwindigkeit, aber wie gesagt... Mein linkes Vorderrad weist eindeutige Schäden auf. Mein linkes Nur! Du bist zu gütig. Meine ganze Leckrug ist... ...Upsala. Ey, vergiss es. Das ist total versammelt. Ich mag eigentlich Königseck auch nicht wirklich so. Wuhu. Hat das mal meine Stuhlstange oder was? Okay, wow. Der ist gerade fast weggeflogen, Alter. So, jetzt mal von ganz außen holen. Ne, vergiss es. Den hol ich da vorne nicht mehr ein. Wow. Ne. Den hol ich da vorne nicht mehr ein. Das kannst du vergessen. Oh, leck mich mal. Schmei, leck mich. Denk er, ich lieg voll hinten. Oder? Wenn ich Glück habe... ...könnte ich ihn vielleicht noch kriegen, aber das ist wirklich ein auf... ...Risiko fahren. Weil der ist eigentlich direkt vor mir. So ist das nicht. Der ist direkt vor mir. So ist das nicht. Wow. Ne. Ne, 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 ne. Das mache ich nicht. Kannst du vergessen. Fuck. Das hätte ich besser hinkriegen können. Sorry, ich versuche es jetzt nochmal. Ne, vergesst es. Das war total für den Arsch. Ach, scheiße, Alter. Also es ist ein kompletter zweiter Platz. Na ja, gut, egal. Upsala. Ja. Ne, 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 ne. Ja. Ja, da hast du recht. Du bist zweiter. Na, was hätte ich tun sollen. Die Ravenwest sind einfach gut. Von daher. Na ja. Egal. Wie jetzt? Ach, geil. Ich bin so zum Erster gewesen. Ernsthaft jetzt? Na ja, dann. Solange ich Erster bin, macht das nix. Von daher. Also wenn ich jetzt nochmal versemmel, dann bin ich wirklich doof. Aber ich muss das wirklich schaffen. Äh, das wird gerade extrem hart. Okay, die Ravenwest sind ja vor mir. So ist das nicht. Ich hab gerade ein bisschen zwar eingedutscht gekriegt. Die Front. Alter, sag mal. Könnt ihr nicht vernünftig fahren, bitte? Wobei, ja eigentlich müsste ich ja derjenige sein, der vernünftig fährt. Ja. Ja, siehste? Das meinte ich damit. Ach, komm schon, Alter. Ihr könnt doch die Kurve mit Vollspeed durchnehmen. Ah, typisch KI, weißt du? Uh, 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 uh. Oh, fuck. Oh, vergesse es. Uh, der war ein wenig zu hart, muss ich sagen. Ja, das war gerade eben noch gefangen. Das wäre eigentlich ziemlich böse geendet. Dein Wagen ist etwas verbeult, ist aber noch mal zu schlimm. Komm schon. Yes. Innen überholt, FTW. So geht das. Ravenwest ist innen. So geht das doch. Du liegst vorne. Ah, wollen wir mal. Wow, der war jetzt extrem haschhaft. What the? Fuh, Alter. Boah, der klebt mir am Arsch. Mama Mia. Wow. War ein bisschen mies, aber hey. Ups, Alter. Außerdem gegen Zaun. Sorry. Reparaturschäden, Kosten. Schick ich dann per Post zu. Beziehungsweise die Bezahlung. So ungefähr. Meine Güte, du. Leute, haben wir es. Aber auch. Wow. Der war ein bisschen zu heftig. Komm schon. Oh, fuck. Das war jetzt eine total ungünstige, ungünstige Stelle. Wow. Der war jetzt extrem scheiße. Yes. Wow. Alter, mit Rick Scott hinten im Nacken, Alter, wird das extrem brenzlig hier überhaupt zu gewinnen. Aber nicht unmöglich, muss ich sagen. Uhu. Das ist ein bisschen scheiße. Aber ich glaube, hier in diesem Sektor schmechelt Raven West. So. Ein bisschen. Wow. Alter. So gerade eben noch gefangen. Das wäre richtig mies. Oi, 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 oi. Komm schon. Ui, ui, ui. Ich war gerade hart an der Grenze, Alter. Hart am Limit, FTV. Ui, 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 ui. Ich sag ja, hart am Limit und so. Ui, 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 ui. Raven West klebt wirklich am Arsch, Alter. Wenn man Raven West nicht irgendwie... Der war scheiße, Alter. Jetzt ist Raven West wieder dran. Jetzt habe ich die Arschkarte... ...gezogen. Zumindest bis zu diesem Sektor. Wenn ich alles da nachhalte... ...ist alles in Ordnung. Ja, sauber. Ist alles in Ordnung. Zeig doch. Weil hier in diesem Sektor schwächeln sie extrem. Also ich brauchte im Prinzip nur die ersten zwei Sektoren im Prinzip zu halten. Das ist eigentlich alles. Danach sind die übel schlecht. Ja, ab hier geht's wieder los. Wow. Yes. Sieg. Sieg. Yes. Sieg. So, wo ist mein Teamkollege? Ah, siebter. Aber egal. Wir haben uns hoffentlich jetzt den Sieg geholt. Ich weiß es nämlich nicht. Na? Yes. 56 Punkte. Sauber. Ich hab uns den Teamsieg geholt. Oi, oi, oi. Der war jetzt aber arschknapp, du. Hab ich doch noch am Ende was gekriegt? Ups. Entschuldigung. Hab ich eine Nachricht gekriegt, warum auch immer. Ah, doch. Ich glaub, ich weiß, wer das war. Oi, oi, oi. Gut gemacht, Daniel. Schöner Sieg. Und das Geld stimmt auch. Jep. Hab ich doch noch alle gekriegt. Das find ich schön. Von daher. So. Dann können wir ja im Prinzip Wettkämpfer... Die 24 Stunden von Le Mans sind... Nein. Die 24 Stunden von Le Mans will ich nicht machen. Neue Saison geht los. Zeigen wir's Ihnen. Ey, halt, 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 halt. Ich will ja hier, äh, mein Team. Sponsoren. Ich hab ja ein paar neue Sponsoren gekriegt. Äh, 22. Uh, ein bisschen mehr. Das find ich schön. Uh, das Rennen bestehen. Das ist sehr schön. Das kann ich gerade super gut gebrauchen. Wo ist denn das? Da. Dann kann ich das da nehmen. Wo war denn hier dritter Position? Da haben wir 17.000. Hier haben wir 13.500. Okay, ne, das sind 12.000. Äh, hab ich irgendwo noch ganz wenig. Okay. Okay.